Quentin Tarantino ist in der Filmbranche ein wahres Unikat. Der eigensinnige Filmemacher produziert, was er möchte und genau dafür liebt ihn seine treue Fangemeinschaft. Nun nimmt er zum 50-jährigen Gedenken das tragische Schicksal einer aufstrebenden Schauspielerin, um eine turbulente Geschichte im Los Angeles der 1960er zu erzählen. Mit seinem neunten Film, Once Upon a Time in Hollywood, begibt sich der Filmemacher auf neue hochinteressante Pfade und damit heiße ich euch willkommen zu unserer spoilerfreien Filmkritik hier auf Cinema Strikes Back. Sharon Tate war eine Ikone der Swinging Sixties. Mit ihrer gutherzigen Ausstrahlung und ihrem komödiantischen Talent verzauberte sie nicht nur Millionen Kinobesucher, sondern auch den Starregisseur Roman Polanski. Sie heirateten 1968 und zogen das Jahr darauf in den Cielo Drive in Los Angeles direkt neben das Haus des Schauspielers Rick Dalton, der aber im Gegensatz zu den beiden anderen ein Produkt von Tarantinos Fantasie ist. Dalton ist berühmt für seine Western-Serie Bounty Law. Aber Hollywood befindet sich im Wandel und Dalton muss einen Weg finden, um relevant zu bleiben. Ein Karriereende wäre nicht nur für ihn ein Debakel, sondern auch für seinen Stunt-Double, seinen Fahrer und seinen besten Freund Cliff. Cliff ist ein altes Original und fackelt nicht lange, wenn er vor einem Problem steht. Auch nicht, als er Charles Mansons Jünger kennenlernt, die es auf das Haus von Sharon Tate und Roman Polanski abgesehen haben. Once Upon a Time in Hollywood ist eine Zeitmaschine, die uns in das Los Angeles der 60er versetzt. Wenn Hippies auf den Straßen gegen den Vietnamkrieg demonstrieren, freie Liebe praktiziert wird und sich Drogen und Rock'n'Roll in der Mitte der Gesellschaft breit machen, dann zahlt sich Quentin Tarantinos Purismus auf der Leinwand so richtig aus. Der Kultregisseur ist nämlich berühmt dafür, komplett auf Bilder aus dem Computer zu verzichten, ganz im Gegensatz zu seinen Kollegen wie Martin Scorsese. Wenn also bei Tarantino das L.A. der 60er gezeigt werden soll, dann müssen für ihn die richtigen Locations gefunden oder komplexe Sets gebaut werden oder beides. Das gesamte Produktionsdesign des Films ist einzigartig. Es ist sehr gelungen, denn die Liebe zum Detail ist atemberaubend. Sticker an einer Bushaltestelle, Filmplakate im Hintergrund und zeitgenössische Spritschlucker vermitteln, welch Herzensangelegenheit dieser Film für Tarantino eigentlich war. Denn hier hat er die Welt seiner Kindheit wieder aufleben lassen. Dennoch wird Tarantinos Streifen kontrovers diskutiert. Kritiker werfen ihm vor, dass er den Tod von Sharon Tate für seinen Film ausgenutzt habe. Die Frage kommt auf, ob ein Filmemacher das tragische Schicksal einer Einzelperson für eine leichte Komödie ausnutzen darf und ob es moralisch vertretbar ist, wesentliche Ereignisse abzuändern und seiner gewünschten Dramaturgie zu unterwerfen. Sharon Tate war das berühmteste Opfer von Charles Manson, der sie von seinen Jüngern hat töten lassen, nur weil sie das ehemalige Haus von einem Menschen bewohnte, den Manson hasste. Ihr Mord hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen und so war ihre Schwester Deborah Tate entsetzt, als Quentin Tarantino mit dem Drehbuch auf sie zukam. Sie empfand es als geschmacklos. Sie änderte ihre Meinung jedoch und unterstützte die Produktion mit Einblicken in Sharon Tates Persönlichkeit. Margot Robbie bekam von ihr sogar Sharons angebrochenes Parfum und ihren Schmuck. Umso verwunderlicher ist für mich, dass viele Kritiker in Margot Robbie eine große Schwäche des Films sehen. Ihre Szenen seien angeblich in die Länge gezogen, sie ergeben wenig Sinn und Margot Robbie sei nicht mehr als ein Werkzeug, um die Handlung in eine bestimmte Richtung zu drücken. Ja, schließlich ist Sharon Tates Schicksal der Dreh und Angelpunkt des Films, aber viele haben die Intention Tarantinos kaum verstanden. Ihre Szenen sind deswegen so leicht, füßig, so ereignislos und geerdet, um den Zuschauern zu zeigen, dass Sharon Tate mehr ist als nur ein Mordopfer. Das ist der Grund dafür, warum sie so oft zu sehen ist in diesem Film und voller Hoffnung durch die Straßen schlendert, während Charles Manson als Figur nur für wenige Sekunden auf der Leinwand ist. Es ist Tarantinos Art und manche würden da sogar einen Zwang unterstellen, sich dem Schema F von Hollywood zu entziehen. Wir sind es gewohnt, dass jedes noch so kleiner Handlungselement und jedes gesprochene Wort in einem Film eine Relevanz für die Handlung haben muss. Von Harry Potter über Star Wars bis hin zu Matrix hat jeder erfolgreiche Hollywoodfilm der letzten fünf Jahrzehnte die sogenannte Heldenreise als Grundkonstrukt. Richtig angewandt zeigt sie uns, wie ein Mensch über sich hinauswachsen kann, um äußere und innere Herausforderungen zu bewältigen. Nur leider hat ein Drehbuchautor nach dem anderen die Heldenreise ausgemolken. Oft sind das Autoren, die nicht verstanden haben, dass die Heldenreise metaphorisch verstanden werden kann und dass sie keine Vorlage, keine Schablone ist, in die man seine Figuren mit aller Gewalt hineindrückt, sondern vielmehr eine Anregung, sich mit den Fragen zu beschäftigen, die einen Zuschauer auch nach dem Film noch fesseln können. Tarantino zeigt immer wieder, wie gut er diese Erzählmuster kennt. Er dreht sie in seinen Filmen ins Gegenteil um und macht ein kleines Mädchen zur Mentorenfigur. Das wäre gerissen, wenn es nicht schon unzählige Male zuvor ausgelutscht worden wäre. Tarantino verweigert aber jeglichen Spannungsaufbau, indem er Szenen und Dialoge einbaut, die völlig fehl am Platz wirken, weil sie die Handlung nicht vorantreiben. Dabei begibt er sich immer wieder auf einen schmalen Grat, denn ein ständiger Kritikpunkt an seinem letzten Film der Hateful Eight war, dass Tarantino in fast drei Stunden am Ende nichts erzählt hat. Seine Filme meandern wie ein betrunkener Postbote zu einem Ziel, das man oft nicht voraussehen kann. Dabei hat er selten im Sinn eine hochtrabende Aussage über die Menschlichkeit oder unseren Kosmos zu äußern. In erster Linie möchten seine Filme unterhalten und uns eine brennende Leidenschaft für die Filmwelt näherbringen. Es geht um den Spaß und wer genau diese Eigenschaften von Tarantino schätzt, wird mit Once Upon a Time in Hollywood abermals seine helle Freude halten. Dabei dürften viele vom frühen Pressematerial überrascht worden sein. Die Trailer wirken nämlich diffus, so viele einzelne Elemente und Filme in Filmen, die sich nicht zu einem großen Ganzen zusammenfügen wollen. Ich habe die Trailer mehrmals gesehen und wusste am Ende immer noch nicht, worum es genau gehen soll. Dieser Film ist einfach so vieles auf einmal und so vieles auch nicht. Zum einen ist kaum einer von Tarantinos Filmen so entspannt. Über weite Strecken sieht man Brad Pitt einfach nur durch Los Angeles fahren und nur wenige Regisseure und Schauspieler können das so unterhaltsam auf die Leinwand bringen. Gleichzeitig ist Tarantino aber auch ein Meister darin, innerhalb kürzester Zeit das Tempo ins Unermessliche anzuziehen. Wie in einer Dunkelachterbahn wirft er seine Figuren in abstruse Situationen, die sie selbst gar nicht auf dem Schirm haben und weil diese Figuren so eigen sind, entwickeln sich dabei immer die verrücktesten Situationen und ein Schauspiel, das man tatsächlich nur in Tarantinos Filmen zu sehen bekommt. Das hat einen Grund. Möchte man ein Drehbuch zu einem Film schreiben, kann man erst die ungefähre Handlung ausarbeiten und dann erst die Figuren dazu entwerfen. Tarantino arbeitet aber immer auf die gegensätzliche Art. Jahre bevor auch nur ein Moment von der Handlung feststand, arbeitete er bereits die Figuren Rick und Cliff aus und so vielschichtig wirken sie dann auch tatsächlich im fertigen Film. Ein wiederkehrendes Element seiner Filme ist die Komplexität im Schauspiel. Das beginnt bereits im Drehbuch. Seine Figuren müssen innerhalb der Handlung immer wieder eine Fassade aufziehen, wenn Aldo Rain zum Beispiel sich als Italiener ausgeben muss, wenn Mr. Orange als Undercover Cop agiert oder wenn King Schulz vorgibt, Interesse an einem Sklaven zu haben, dann spielen Schauspieler eine Figur, die etwas spielt. Dieses Mal geht Tarantino sogar den direkten Weg und entwirft mit Rick fucking Dalton eine Figur, die selbst Schauspieler ist und ein Stuntdouble hat, das ihn spielen muss und abermals spielt Leonardo DiCaprio eine Figur, die eine Figur spielt. Das ist anspruchsvolles Schauspiel in einem leichtfüßigen Film und das ist eine gute Zutat um zur Kultkomödie zu werden. So ist der gesamte Film nicht nur ein klassischer Tarantino, sondern wie ein Best-of aller seiner vorherigen Filme, so als würde er jetzt beginnen sich selbst zu zitieren. Und selbst mit dem Schnitt geht Tarantino zurück zu seinen Ursprüngen. Er lobte bereits etliche Male seine Editorin Sally Menke mit den Worten, dass seine Filme im Grunde nicht brutal seien, sondern erst Menke sie brutal mache. Mit ihrem Tod nach dem Erschein von Inglourious Basterds hatte sich der Rhythmus in seinen Filmen schmerzlich verändert. Mit Once Upon a Time in Hollywood geht Tarantino aber wieder zurück zu Menkes Art der Montage und die macht einen Haufen Spaß, denn wir haben hier einen sehr dynamischen Schnitt, der von weiten Aufnahmen zu Detailaufnahmen wechselt, die das Geschehen aus den absurdesten Winkeln zeigen. Die schrägen Dutch Angles von Tarantino dürfen natürlich ebenfalls nicht fehlen und obwohl sie ein Stilmittel sind, das kaum ausgelutschter sein könnte, verleihen sie der Manson-Familie eine Bedrohlichkeit, die nicht nur daher rührt, dass der Zuschauer weiß, wozu sie fähig ist. Tarantino baut ständig Gegensätze auf und so detailverliebt der Film, das L.A. der 60er porträtiert, so frei ist der Umgang mit allem, was die Manson-Familie angeht. Deswegen werfen so viele Menschen Tarantino vor, Sharon Tates Schicksal auszunutzen. Viele fragen sich auch, was der Film überhaupt möchte und ob Tarantino überhaupt irgendeine Intention hat. So bekommt auch Martial-Arts-Legende Bruce Lee ein kurzes Stell-Dich-Ein, allerdings auf eine Weise, die Bruce Lees Familie als schrecklich, unverschämt und respektlos bezeichnet hat. Lees Tochter Shannon Lee warf Tarantino sogar vor, den Unterschied zwischen Selbstbewusstsein und Arroganz nicht zu kennen. Was viele Menschen dabei nicht verstehen ist, dass Quentin Tarantino in seinem Film Hollywoodmythen dekonstruiert. Er lässt gestandene Actionstars wie Kleinkinder weinen und macht aus der größten Martial-Arts-Legende aller Zeiten eine Figur mit Fehlern und Schwächen. Und ob die Figuren tatsächlich so waren, wie Tarantino sie porträtiert? Das ist eine Thematik, derer sich Tarantino entzieht. Schließlich hat er als Filmemacher auch das Recht auf künstlerische Freiheit. Once Upon a Time in Hollywood ist eine kleine und in sich geschlossene Geschichte, die nicht den Anspruch erhebt, die Realität abzubilden. Deswegen kommen auch zahlreiche Filme auf Plakaten vor, die 1969 noch gar nicht existiert haben, sondern erst in den Jahren darauf. Es ist ein Märchen, das Tarantino entworfen hat und so ergibt auch der Name des Films Once Upon a Time in Hollywood, es war einmal in Hollywood, einen völlig neuen Sinn. Von mir gibt es für Tarantinos neunten Film neun von zehn Punkten. Der Film ist Quentin Tarantinos Abrechnung mit dem Studiosystem von Hollywood. Denn in den 60ern hatten die Großmeister wie Alfred Hitchcock ihr Lebenswerk abgeschlossen und Hollywood stürzte in eine Krise. Große Stars wie Humphrey Bogart waren tot oder gingen wie John Wayne in den Ruhestand. Und Produzenten, die schon seit 40 Jahren in der Branche das Sagen hatten, versuchten immer wieder mit denselben Filmen neue Erfolge zu erzielen. Zu Hauf wurden seichte Musicals, Sandalenfilme und schlechte Western produziert und astronomische Budgets ließen die große Hollywood-Blase platzen. Das führte dazu, dass junge Filmemacher Hollywood neu erfanden. Filmemacher wie Francis Ford Coppola, Woody Allen, John Carpenter, Mel Brooks oder Brian De Palma. Sie erfanden inmitten der 68er-Hippie-Bewegung das Kino neu und schufen bodenständige Filme, die harte und realitätsnahe Probleme thematisierten. Und Tarantino zeigt uns ein wesentliches Element inmitten dieser Umbruchsstimmung. Nicht nur deswegen, weil einer der wichtigsten Regisseure dieses neuen Hollywoods Roman Polanski war. Nein, die Morde der Manson-Familie, die Hippie-Bewegung und der Vietnamkrieg veränderten die Filmwelt und Tarantino lässt uns in diese Welt eintauchen. Aber letzten Endes ist Once Upon a Time in Hollywood vor allem auch die Geschichte einer waschechten Männerfreundschaft, die man selten so authentisch auf der Leinwand sieht. Und so erinnert der Film zum Teil sogar an Filme wie The Big Lebowski oder Dumm und Dümmer. Es ist einfach bezeichnend, dass in einer der besten Szenen Leonardo DiCaprio und Brad Pitt nichts anderes tun, als auf der Couch zu hocken und auf den Fernseher zu starren. Die Chemie der beiden Hauptdarsteller verhilft diesem Film zum Kultstatus, genauso wie es einst mit John Travolta und Samuel L. Jackson war. Und Brad Pitt ist eine wahre Wucht in diesem Film. Seine Figur ist schrill, eigen und birgt ein Geheimnis nach dem anderen. Brad Pitt schafft es einer Figur, die in vielen Aspekten hassenswert ist, ein unerschöpfliches Charisma einzuverleiben. So avanciert er zum wahren Star des Films und das in einem Cast, in dem so bekannte Persönlichkeiten wie Al Pacino, Dakota Fanning und Bruce Dern mitspielen. Once Upon a Time in Hollywood ist ein Film, den man liebt oder hasst. Denn jeder Kritiker hat prinzipiell nicht Unrecht, wenn er oder sie bemängelt, dass in den ersten beiden Stunden nichts von Belang passiert. Aber so wie einst der große Sergio Leone uns mit Once Upon a Time in the West sein amerikanisches Märchen erzählte, so tritt Tarantino wieder einmal in die Fußstapfen seines Idols. Und selbst wenn man jede Eigenheit von Tarantinos Filmen hasst, muss man am Ende immer eine grundsätzliche Wahrheit zugeben. Egal wie sehr sich Tarantino an den Filmen seiner Vorbilder bedient, schenkt er uns immer einen Kinobesuch, der einzigartig ist. Ich liebe es. Du weißt schon, das Töten. Ganz viel Töten. Was sagt ihr? Freut ihr euch auf Once Upon a Time in Hollywood? Oder habt ihr den Film schon gesehen und findet den ganz im Gegensatz zu mir überhaupt nicht gut? Dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Da wäre ich wirklich mal sehr gespannt, was so die allgemeine Meinung zum Film ist. Ich möchte euch jetzt auf jeden Fall noch unsere vorherige Kritik verlinken. Die ist auch zu einer Komödie, aber zu einer ganz anderen Art von Komödie, nämlich zu Hobbs & Shaw. Und wir verlinken euch den Mondtalk von Game Two über die Frage, ob Hakenkreuze in Spielen okay sind oder ob die weg sollten. Abonniert auf jeden Fall Cinema Strikes Back, falls ihr auf Filme, Serien und Comics steht. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen, hier auf Cinema Strikes Back mit mir, dem Alper. Wir sehen uns bald wieder. Vielen Dank.